Christian Koch, Der Weiße Heilbutt, ein Inselkrimi, gelesen vom Autor, Produktion, Der Audio Verlag. Wir werden ein größeres Boot brauchen. Martin Brody in Steven Spielbergs Der Weiße Hai. Über dem Wasser liegt ein sommerliches Flirren. Die müde, warme Meeresbrise verweht in einem Duftcocktail verschiedener Sonnenöle. An dem Aufgang in Nebel stehen dicht gedrängt die Strandkörbe. Dazwischen pesen dünne Jungen mit Keschern hindurch. Einem kleinen Mädchen rutscht das Eis vom Stiel in den Sand. Ihr Schluchzen geht in dem Johlen anderer Kinder unter. Das Klackern vom Strandtennis und Boccia mischt sich mit den Kommandos des Surflehrers, dessen Schüler mit ihren Brettern auf dem Wasser dümpeln. Rufen, Lachen und Kinderschreien verbinden sich mit dem Klatschen gebackerter Volleybälle und dem trägen Flattern eines Drachen zu einer Toncollage. Es klingt wie in einem überfüllten Freibad. Auch im Wasser sieht es aus wie in der Badeanstalt. Das flache Ufer ist dicht bevölkert von Kindern mit Taucherbrillen, von Familienvätern, die mit kalkweißen Beinen im knietiefen Wasser verharren, von riesigen auf den Wellen schaukelnden Gummischwänen und sonnenbadenden auf Luftmatratzen, die mit den Surfschülern kollidieren. Weiter draußen treibt eine Gummibadeinsel, von der zwei Jungs immer wieder johlend herunterspringen. Und noch ein Stück weiter pflügt kraulend ein betagter Fahrtenschwimmer mit Badekappe und Nasenklammer durchs Wasser. Die Flagge am DLRG-Häuschen hängt schlapp am Mast herunter. Die beiden Bademeister stehen mit verspiegelten Sonnenbrillen auf ihrem Beobachtungsstand. Einer blickt gebannt in die weite Ferne, als würde vor Helgoland gerade jemand ertrinken. Der andere sieht den vorbeilaufenden Mädchen hinterher, die sich kichernd nach ihm umdrehen. Die Fredenbüller Imbisswirtin Antje und ihr Stammgast Piet Paulsen beobachten die Sommerszenerie von ihrem Strandkorb aus. Finn, der kleine Sohn der Husumer Kriminalhauptkommissarin Nicole Stappenbeck, verbringt mit quasi Patenonkel Piet und Antje vor seiner Einschulung eine Ferienwoche an der See. Während Finn mit ein paar anderen Kindern zusammen begeistert im nassen Sand buddelt, döst Imbisshündin Susi im Schatten des Strandkorbs vor sich hin. Die blonde Frau im benachbarten Strandkorb dagegen hält ihr glänzendes Gesicht der gleißenden Mittagssonne entgegen. Ihr schwitzender Gatte daneben beschränkt das Sonnenbad auf den bereits dunkelbraun gerösteten Bauch. Über den Beinen liegt ein Badehandtuch und auf dem Kopf die Titelseite der Zeitung mit der Schlagzeile Schon wieder Jahrhundertsommer. Während Antje für Piet ein Krabbensandwich und ein kühles Getränk aus der schicken neuen Kühltasche mit dem Kirschmuster zaubert, schaufelt Finn zusammen mit Emma, August und seinem neuen Freund Karlchen aus dem Kinderheim freudestrahlend ein Kanal in den Sand. Finn und August schwingen die Kinderschaufeln, der nasse Sand fliegt durch die Luft. Die Mutter von Emma und August kann das gar nicht mit ansehen. August, Achtung, die Schaufel, das ist gefährlich! Es sieht tatsächlich aus, als würde die überbesorgte Helikoptermutter aus ihrem Strandkorb herausfliegen. Aufgebracht zeigt sie auf die Kinderschaufel. Am liebsten würde sie Finn die gefährliche Waffe gleich aus der Hand reißen. Seid ihr verrückt? Damit könnt ihr euch verletzen! Antje und Paulsen drehen sich staunend zu ihr um. Die Kinder bekommen es in ihrem Eifer gar nicht mit. Abenteuerurlaub mit August, raunt Antje mit einem Grinen. Schon komisch! Piet wischt sich mit dem Handtuch ein paar Schweißperlen von der Stirn. Emma und August, das waren noch früh die Namen von den Großeltern. Stimmt, und die haben ihre Kinder dann Piet und Antje genannt. Die Imbisswirtin reicht Piet das Krabbensandwich. Oder nachher auch Janine und Kevin. Dann können ja die Enkel August und Emma demnächst mit Opa Kevin an den Strand losziehen. Jetzt widmen sich Antje und Piet erstmal ihrem Imbiss und genießen mit Blick aufs Wasser ihr Krabbensandwich. So voll haben sie den Ambrumer Badestrand noch nie erlebt. Es gibt keinen freien Meter. Zwischen den planschenden Kindern mit Schwimmflügeln stelzen die Sonnenbadenden, die sich nur kurz abkühlen wollen, in geschlossener Formation ins auflaufende Wasser. Für die Boards der Windsurfer gibt es kaum ein Durchkommen. Überall spritzt das Wasser und in den Tropfen glitzert die hochstehende Sonne. Die beiden Lifeguards von der DLRG lassen ihren Blick gelangweilt über das ausgelassene Badeleben schweifen und reiben sich ihre trainierten Waschbrettbäuche mit Sonnencreme ein. Sie fühlen sich im Augenblick wenig gefordert. Jan, der große Dunkelhaarige, der mit seinem Undercut wie ein GI aus den 60ern aussieht, nimmt aus lauter Langeweile das Fernglas zur Hand. Langsam fährt er damit den Horizont ab und bleibt dann an einem weißen Etwas im Wasser neben der Badeinsel mit den beiden Jungs hängen. Was ist das? Ein weißer Fisch? Er sieht riesengroß aus. Die aufgeblasene Gummibadeinsel kommt gefährlich in Schwanken. Die badenden Jungs haben es noch gar nicht mitbekommen. Aber ein Wal kann es doch nicht sein, oder? Herbie, was ist denn das für ein Fisch? nuschelt der Dunkelhaarige. Du kennst dich doch aus. Was ist das? Der zweite Bademeister greift jetzt ebenfalls zum Fernglas. Keine Ahnung. Herbie stellt sein Fernglas scharf. Du hast doch diese Fisch-App. Dabei behält Jan den weißen Fisch immer im Blick. Herbie hat sofort sein Handy gezückt und die Fischbestimmungs-App aufgerufen. Ich muss was eingeben. Gruppe, Größe oder Vorkommen, keine Ahnung. Ja, Nordsee, gib schon ein. Da kommt gleich Scholle. Verdammt, Herbie, das ist keine Scholle. Der Rettungsschwimmer mit der modischen GI-Frisur ist nervös. Er sieht, wie der große Fisch unter die Badeinsel taucht und sie zum Kippen bringt. Na ja, das meiste hier im Wattenmeer sind Schollen, Sandschollen. Ich kann hier Größe eingeben. Ja, mach hin, gib die Größe ein. Jan sieht jetzt, wie die beiden Jungs neben der Badeinsel und dem weißen Fisch im Wasser zappeln. Wie groß? Herbie tippt und streicht weiter auf seinem Smartphone herum. Steinboot, bis zu 70 Zentimeter? Größer! Jan sieht gebannt durch sein Fernglas. Er kommt jetzt auf das Ufer zu. Verdammt, was ist das? Er sieht eine dreieckige Schwanzflosse aus dem Wasser ragen. Hier steht auch was von Leichtzeit und den passenden Ködern zum Angeln. Scheiße, Herbie, uns interessiert nicht die Leichtzeit. Wir wollen wissen, was das ist und wie gefährlich dieser weiße Monsterfisch ist. Ein bis zwei Meter? Herbie ist in der nächsten Kategorie gelandet. Größer, wesentlich größer. Mit Entsetzen beobachtet Jan, wie der Fisch jetzt auf die Luftmatratze mit einem Mädchen zusteuert. Der ist dreimal so groß wie das Mädchen auf der Luftmatratze. Mindestens. Hier. Der weiße Heilbutt. Herbie ist fündig geworden. Wird bis zu fünf Meter groß? Der König der Raubfische. Gehört nicht zur Familie der Butte, sondern der Schollen. Wat hab ich gesagt? Er zeigt seinem Kumpel das Foto des Fisches. Scheiße, was ist das denn? Abartig. Sieht ihr dieses riesige Maul an? Und dann sieht Jan wieder aufs Wasser. Nein! Er hat das Mädchen von der Luftmatratze geworfen. Ich bin mir nicht sicher, ob die schwimmen kann. Sieht mir nicht danach aus. Auch Herbie zückt wieder sein Fernglas. Der Monsterbutt nimmt Kurs auf die Windsurfer. Was hat der vor? Verdammt! Wir müssen die Leute aus dem Wasser holen! Den beiden coolen DLRG-Jungs steht die Panik ins Gesicht geschrieben. Erstmal die rote Flagge hissen, stammelt Herbie. Herbie, einer von uns beiden muss da raus. Das Mädchen ersäuft uns. Der athletische Jan mit der Militärfrisur ist unter der Sonnenbräune blass geworden. Das Mädchen hole ich da raus. Herbie sieht aufs Wasser und zögert. Aber der Fisch? Okay, ich schwimm raus. Jan nimmt seine Spiegelsonnenbrille ab und die beiden verlassen hektisch das DLRG-Häuschen. Aber dann musst du die anderen Leute hier aus dem Wasser holen. Herbie sieht ihn fragend an. Und zwar möglichst ohne, dass eine Panik entsteht. Ja, scheiße, was soll ich den Leuten erzählen, warum sie bei dem Wetter nicht baden dürfen? Die Badenden und auch die Leute am Strand haben von dem großen Fisch weiter draußen tatsächlich noch nichts mitbekommen. Und Herbie ist sich nicht so sicher, ob sie wirklich gleich Alarm schlagen sollen und damit möglicherweise eine Panik auslösen. Ich warte nochmal und behalte unseren Freund im Auge. Herbie hat das Fernglas dabei und die Fisch-App aufgerufen, während Jan sich in die Fluten stürzt und zu dem Mädchen hinaus krault. Dessen Kopf immer wieder unter der Wasseroberfläche verschwindet. Währenddessen geht der Strandbetrieb unbeirrt weiter. Finn und August sind nicht zu bremsen. Wie besessen schaufeln sie an ihrem Kanal. Die Sandspritzer landen in Emmas und Karlchens Gesicht. Die Mutter ist dem Nervenzusammenbruch nahe. Dann füllt sich die ausgehobene Rinne mit Wasser. Die Kinder juchzen. Emma setzt sofort ihre Plastikente auf den kleinen Kanal. Finn griebt derweil immer weiter. Antje und Paulsen beobachten amüsiert das Spektakel und beißen genüsslich in ihre Krabbenbrötchen. Wo will ihr Kollege denn hin? fragt ein Mann Baywatcher Herbie. Der sieht nur mal nach dem Rechten. Bei der Luftmatretze da hinten. Keine Panik! Dabei steht Herbie die Panik mittlerweile deutlich ins Gesicht geschrieben. Eine Frau zeigt ebenfalls aufs Wasser. Was ist das Weiße da? Delfine? Die sind doch gar nicht weiß. Und auch nicht so groß. Jetzt deuten schon mehrere Leute nach draußen aus Wasser und rufen aufgeregt durcheinander. Bei Finn und seinen Freunden dagegen wird es plötzlich ganz still. Das auflaufende Wasser spült ein seltsames Etwas in die ausgehobene Rinne. Emmas kleine Gummiente gerät sofort in Turbulenzen. Das schüchterne Karlchen zeigt erschrocken auf das merkwürdige Teil. Finn unterbricht sofort die Grabungsarbeiten, um das Ding näher zu untersuchen. Was ist das? August fischt neugierig mit der Schaufel danach. Das ist keine Qualle, kein angeschwemmtes Stück Zellophan oder Plastik und auch kein toter Fisch. Den Kindern ist es ein Rätsel, was da in ihrem Kanal schwimmt. Mit der Schaufel bekommt August das Ding nicht zu fassen. Finn hüpft kurzentschlossen in den selbstgebauten Wassergraben und greift sich mutig das geheimnisvolle Objekt. Mittlerweile deuten immer mehr Leute zu dem weißen Riesenfisch und dem Rettungsschwimmer, der das Mädchen jetzt erreicht hat. Auch die Volleyballer sind ans Wasser gelaufen. Alle zeigen und rufen durcheinander. Sie wissen gar nicht, wo sie zuerst hinsehen sollen. Und auf einmal hat Finn ihre ganze Aufmerksamkeit. Fassungslos hält der Kleine das nasse Fundstück in beiden Händen vor seinem schmächtigen Oberkörper. Die anderen Kinder starren jetzt gebannt darauf. Der neugierige Blick schlägt augenblicklich in blankes Entsetzen um. Sie können nicht fassen, was sie da in Fins Händen sehen. Es sieht aus wie ein menschlicher Fuß, ein abgetrennter Frauenfuß mit einer ausgewaschenen, zerfransten Wunde. Die rosa lackierten Fußnägel leuchten unwirklich auf den Zehen des bleichen Körperteils. Finn möchte es am liebsten sofort wieder fallen lassen, aber irgendwie traut er sich nicht. Was ist das? stammelt der Junge. Er streckt das Ding noch ein Stück weiter von sich, behält es aber tapfer in den Händen. Das ist ein Fuß, stellt Karlchen aus dem Kinderheim mit staunendem Blick fest. Mama, ruft er eben noch so unternehmungslustiger August. Die überbesorgte Mutter stößt einen spitzen Schrei aus, der über den breiten Strand gällt und sofort alles übertönt. Für einen Wimpernschlag scheint alles erstarrt. Dann bewegen sich die Dinge für einen Moment wie in Zeitlupe. Der Aufschlag beim Beachvolleyball, der mit seinem Board unter dem Arm vorbeilaufende Surfer, das Mädchen, das seine blonde Mähne durch die sonnendurchflutete Luft wirft, in Sätzen schreie Hallen verzerrt, wie in einer zu langsam abgespielten Tonspur über den Strand. Anche, ruft Finn, und Emmas Ente nickt dazu wie in Trance. Und dann geschieht auf einmal alles ganz schnell, so als müsse die verlorene Zeit aufgeholt werden. Die Mutter greift sich ihre beiden Kinder, Emma und August, und zerrt sie ein Stück von Finn und dem Frauenfuß weg, nur so weit, dass sie selbst alles weiter im Blick hat. Aus den anderen Strandkörben und aus dem Wasser, vom ganzen Strand strömen Schaulustige heran und wollen den spektakulären Fund bestaunen. Andere wiederum zeigen aufs Wasser. Mehrere junge Leute und auch eine nicht mehr ganz so junge Frau haben sofort ihre Smartphones gezückt und machen Fotos und Videos. Die Menschen schreien durcheinander. Das war der Fisch da hinten, stammelt eine Frau. Der weiße Fisch, was ist das? Verdammt, die Kinder müssen aus dem Wasser. Schnell, ruft eine der Volleyballerinnen. Mach was, flaumt sie Herbie an. Ja, was denn? Die rote Flagge ist oben. Und dann schreitet Herbie zur Tat. Keine Panik, ruft er über das Wasser und dann im amtlichen Ton. Bitte alle langsam und geordnet aus dem Wasser kommen. Dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Also keine Panik. Jetzt wartet auch Rettungsschwimmer Jan mit dem kleinen Mädchen auf dem Arm zurück ans Ufer. Die Kleine hat blaue Lippen, sagt keinen Piep, ist aber ansonsten wohl auf. Ihr müsst den Strand sperren, ruft jemand. Das ist ein Wahnsinn. Finn stapft mit zittrigen Knien, aber unbeirrt weiter zum Strandkorb von Antje und Piet Paulsen und präsentiert ihn stolz seinen Fund. Augenblicklich kommt es vor dem Strandkorb zu einem Menschenauflauf. Das war der weiße Heilbutt, konstatiert ein Nackter, der sich vom FKK-Strand verlaufen hat. Einige Exemplare werden bis zu fünf Meter lang und 400 Kilo schwer. Ja, das ist uns auch bekannt, schnauzt Herbie ihn an. Der große Räuber der Nordsee, weiß der Nackte, der als einziges Textil eine Schirmmütze aus hellblauem Frottee trägt. Ziehen Sie sich doch erstmal etwas an, forcht die Mutter von August den Nackten an. Irgendwie findet sie die fehlende Bekleidung angesichts des Damenfußes pietätlos. »Achtung, Lebensgefahr!«, ruft ein anderer Mann, ebenfalls mit Sonnenhut, aber mit Hose. In Panik läuft er vor den Strandkörben hin und her und stolpert dabei kurz über eine Sandburg. Die Badenden kommen nur zögernd aus dem Wasser. Ein Kleinkind mit Schwimmflügeln wird aus den Wellen gehoben, ein paar Luftmatratzen und ein Gummidino werden enttäuscht an Land gezogen. Aber der weiße Monsterfisch hat sich mittlerweile Richtung Sylt verzogen. Alles schreit hysterisch durcheinander. »Achtung, schnell raus aus dem Wasser!« »Wo ist der Fisch denn? Ich sehe gar nichts!« »Keine Panik!« Überall klicken die Handys. Vor Antjes und Pits Strandkorb stehen die Urlauber inzwischen in mehreren Reihen. Pausen fällt in dem Tohuwabohu sein Krabbenbrötchen in den Sand. »Mensch, Piet, das schöne Brötchen!«, Antje sieht ihn tadelnd an. »Ja, das ist ja tatsächlich ein Sandwich«, bemerkt Piet. Aber Antje überhört das Wortspiel. Sie widmet sich gleich wieder Finn und dem unheimlichen Frauenfuß, den der Junge immer noch angeekelt, aber auch irgendwie stolz vor sich hält. Eine junge Frau band das in Großaufnahme auf ihr Handy. »Wat machen wir denn jetzt nur?« Antje ist ratlos und besorgt. »Finn, ich geht, lass das mal los!« Aber wo er mit dem Fuß bleiben soll, weiß die Imbisswirtin auch nicht. »Ich hab mal gehört, so was muss kühl gehalten werden.« Antje zückt kurzentschlossen die hellgrüne Kühltasche mit dem Kirschmuster. Sie öffnet die Tasche. Piet Pausen klappt den Sonnenaufsatz seiner Gleitsichtbrille hoch und wirft Antje einen kritischen Blick zu. »Antje, aber nicht zusammen mit den Krabbenbrötchen.« »Ganz langsam und tief einatmen und jetzt genauso langsam entspannt und beiläufig wieder ausatmen«, säuselt Birte mit monotoner Stimme. »Hier passiert gar nichts. Alles ist ruhig und es interessiert uns auch gar nicht.« Sie blickt bedeutsam, aber gleichzeitig auch ein bisschen gelangweilt. Die um sie in einer Dünenmulde versammelten Frauen in luftiger Sommergarderobe sind kurz davor, einzuschlafen. »Nicht einnicken, nur alles ausschalten und langweilen«, ermahnt Birte die Teilnehmer ihres Kurses. »Da sein, einfach nur da sein, ohne jede Absicht. Die 20 Frauen mittleren Alters blicken im Augenblick noch eher fasziniert als gelangweilt. Für die Mehrzahl ist es nicht die erste Veranstaltung bei Birte Birkenstolz. Die gestressten Großstädterinnen, Smartphone- und Social-Media-Junkies stürmen ihre Veranstaltung zu den Themen Achtsamkeit und Kontemplation. Der Hit der letzten Workshop-Saison waren ihre legendären mehrtägigen Kartoffelschälkurse im Hamburger Karo-Viertel. Eine fantastische Entschleunigungsübung und spirituelle Erfahrung, raunt eine der Damen einer anderen zu. Die Übung zeigte erstaunliche Resultate. Die Teilnehmer waren tiefenentspannt und hatten Blasen an den Händen. Die eimerweise geschälten Kartoffeln lieferte Frau Birkenstolz an die Hamburger Gastronomie. Eine klassische Win-Win-Situation. Nach den Kartoffeln kam die Kakao-Zeremonie. Der neueste Trend heißt Langeweile. Nach sehr erfolgreichen Workshops in Hamburg bringt Birte Birkenstolz die Langeweile jetzt nach Ambrum. Die Intensivwoche war sofort ausgebucht, sodass sie gleich einen Zusatzkurs anbieten musste. In der Stille des einladenden Sitzens zwischen den Dünen will Birte ihren Kursteilnehmerinnen das absichtslose Dasein, die Balance zwischen Langeweile und Achtsamkeit näher bringen. Auch Tatje, die Tochter des Fredenbüller-Polizisten Thies Detlefsen, hat sich am heutigen Vormittag dem Kurs angeschlossen. Tatje und Telje sind beide auf der Insel. Die Zwillingsschwestern sehen sich immer noch täuschend ähnlich, sind aber durch ihr Outfit gut zu unterscheiden. Tatje lässt ihre langen, mittelblonden Haare offen über das geblümte Sommerkleid im Grunge-Style fallen. Teljes kurzer Pferdeschwanz zeigt übermütig in die Landschaft. Außerdem hat sie sich von ihrer Schwester ein zu großes, dunkles Männerjacket aufschwatzen lassen. Muss ich noch ein bisschen reinwachsen, meint Thies. Nee, Oversized ist angesagt, korrigiert ihn Tatje, die ihre Jeansjacke über dem Blümchenkleid ebenfalls ein paar Nummern zu groß trägt. Telje, die im Losverfahren einen Medizinstudienplatz ergattert hat und seit einem Semester in Essen studiert, jobbt während der Semesterferien in der Kinderklinik Satteldüne. Und die angehende Tourismuskauffrau und Eventmanagerin Tatje arbeitet diesen Monat an einem Projekt. Neue touristische Konzeptionen und Marketingstrategien für die Nordseeinseln. Mit den bisher geposteten Fotos vom Strand, von Reetdachhäusern und den Schafen am Deich werden sie keine jungen neuen Touristen anlocken. Bei den Influencern war die Insel Ambrum bisher eine Wüste, hat der Tourismusverband Nordfriesland festgestellt. Das will Tatje jetzt ändern. Und dabei steht das Thema Wellness bei ihr sowieso ganz oben. Kartoffelschälen als Workshop findet sie so richtig krass. Eine geniale Verbindung origineller Aktivitätsangebote mit neuerdings angesagtem Joy of Missing Out, dem Glück des Verpassens. Das ist eigentlich ein ideales Konzept für die beschauliche Nordseeinsel Ambrum. Tatje ist selbst schon so relaxed, dass sie kaum zum Überlegen neuer Konzeptionen kommt. Ihr Freund, der blasse Lasse aus ihrer Klasse, ist auch mitgekommen und heckt die Tage in den Dünen ab. So blass ist er im Augenblick gar nicht. Lasse hat sich am Strand einen hübschen Sonnenbrand eingehandelt. Tatje sieht kurz auf ihr Handy. Sie muss einfach auf dem Laufenden bleiben, was diese neue Bloggerin, die offenbar auch auf der Insel ist, gerade so postet. Doch von Bibi Barracuda und ihren tausenden Followern gibt es nichts Neues. Selig glucksend vor Glück schmiert sie sich eine angeblich nach Kokos und Vanille duftende Sonnenschutzlotion namens Joy of Sun ins Gesicht. Krass cremig, das ist See und Sommer pur, säuselt Bibi in die Kamera. Das Video, auf dem im Hintergrund recht eindeutig der Ambrumer Leuchtturm zu erkennen ist, steht schon seit zwei Tagen online. Joy of Sun wäre vielleicht auch etwas für Lasse gewesen, denkt sie. Wegen des Handys erntet sie ein paar böse Blicke der Langweilerin. Lass uns das Nichtstun annehmen, raunt Birte Birkenstolz. Wir wollen uns Zeit nehmen. In der Langeweile steckt so viel kreatives Potenzial. Auch in dem sommerlichen Trubel haben die zwanzig Frauen ein ruhiges Plätzchen in den Dünen gefunden. A quiet place, haucht Birte in einem Ton als Befände. A quiet place, haucht Birte in einem Ton als Befände.